Ich kann sehr kurz sagen, ich habe das Gefühl, ab der ersten bis die letzte Minute, dass wir eine alte Fernseh in weiß und blau und die andere Mannschaft ist Fulhajde. Das war mein Gefühl über das Spiel. Was wichtig für die Mannschaft ist, dass wir die Automatismen finden, wir finden die Positivität bis zum Ende zu kämpfen, weil die anderen Spiele, die wir bisher gemacht haben, teilweise gut gespielt, teilweise schlecht gespielt. Wir starten nie ein Spiel in der gleichen Linie bis jetzt. Wir wechseln immer wieder wegen der Verletzung und Absenz, wir wechseln immer wieder unsere Linie. Es gibt keine Stabilität in unserer Linie, keine Stabilität und Automatismen in unserem Spiel. Jetzt das Ziel wäre, wegen unserer verlässten Spieler, wegen unserer Spieler in dem Studium. Hier, ich sage, Janik Müllebach ist weg für das Studium, haben wir drei sehr, sehr wichtige Spieler auch verlässt, dass die anderen Spieler uns die Automatismen finden. In der Nachts Jahr, ein Fehler kostet ein Tor. Das haben wir schon gesehen heute. Die Publikum gesehen das HD und gesehen das in schwarz und weiß, weil unsere Leistung war ab der ersten Minute bis die sechste Minute zu. Was wir können besser machen, richtig, dass die Fighting Spirit kommt ab jeder selber. Und egal was passiert, wir müssen respektieren unseren Spielplan und wir müssen weiter spielen bis die Ende. Weil wir spielen als gegen Kadetten teilweise oder gegen Bären. Und auch kann ich noch ein paar Spiele sagen, haben wir eine gute Chance. Wenn wir spielen so, als wir spielen jetzt, dann war es sehr schreckt. Und ich bin sehr, sehr traurig für dieses Spiel. Und die Beschuldigen bringen wir unser Spiel für unsere Fallzahl.